so eine Sache ist uns ganz ganz wichtig und das ist unsere App und die App macht für jeden Kenntnisnutzer Sinn aber sie macht besonders für diejenigen die Kreditkarten nutzen Sinn und jetzt muss ich einmal gucken ob ich das hier auch hinbekomme mit der Technik und zwar eine Sekunde so Hanna bitte laut aufschreien wenn jetzt nicht jeder meinen Bildschirm sieht wenn ich mit der Kreditkarte eine Zahlung tätige und die Kenntnis App auf meinem Handy habe dann bekomme ich für diese Zahlung auch direkt eine Push Nachricht das heißt ich kann diese Push Nachricht öffnen und komme jetzt hier in meine Kenntnis App rein und sehe jetzt hier aha ich habe jetzt bei Kaufland gerade 3,49 Euro ausgegeben so und jetzt habe ich hier etwas ganz tolles denn ich kann jetzt einfach ein Bild aufnehmen so und jetzt habe ich hier mein Kaufland Beleg neben mir liegen und kann jetzt zack den Beleg einfach scannen und direkt mit der Transaktion verknüpfen und das war es jetzt auch schon ja das heißt ich muss jetzt nicht irgendwie warten bis ich wieder von meinem Computer bin sondern kann das jetzt direkt hier von unterwegs an meinem Handy erledigen also das ist wirklich ein ganz ganz tolles Feature ich sehe jetzt eben hier über alle meine Gesellschaften hinweg also ich kann ja auch durch meine Gesellschaften durchgehen ich sehe welche Zahlung ich getätigt habe ob die Belege da noch fehlen oder nicht ich kann von unterwegs auch hier meine Kreditkarten Details ja habe ich verstanden ich kann durch meine Kreditkarten durchgehen ich sehe ob eine Karte aktiv oder gesperrt ist ich kann sehen ob hier noch Rechnungen fehlen oder nicht ich kann meine Kreditkarten Details auch einsehen also da kann ich hier alles wirklich mit machen und natürlich ich kann auch hier meine Rechnung freigeben ja also das heißt ich kann von unterwegs hier den Beleg mir auch angucken ähm sehen was habe ich hier was habe ich hier bestellt und dann ähm zack den Beleg jetzt approven und fertig ist es ja also das heißt die Canvas App wirklich super Sache ähm würden wir jedem empfehlen sich die runterzuladen ähm denn das ist also besonders bei Kreditkarten aber auch für alle anderen Freigeber Admins einfach eine super Sache ähm die gibt's kostenlos natürlich äh im App Store für Android und für Apple ähm und ich glaube also überall in der App wo wir es hin tun können ähm haben wir auch die sozusagen QR Codes äh und die Links zu den Stores äh auf der Website ganz unten ist da auch der Hinweis drauf also das würden wir wirklich jedem empfehlen ähm on äh äh